Jo, moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Baird nie fast wieder anbauen. Wir sind immer noch mit unserem GTA unterwegs zum ersten Mal überhaupt. Scheiße. Geh weg. Och, Leute, was ist denn los heute? Wir sind, wie ihr seht, zu SF Rocky unterwegs. Nix. Das ist geil, aber auch. Das ist ganz geil. Das ist ein GTA. Ich vergesse es immer wieder. Ja, das wird unser Auto werden für die. So, event starten. Oh, genau. Das ist der Kollege mit dem Takedown mit dem. Mercedes-Benz, liefere den Wagen. Ach, wir müssen das Auto abliefern erst. Gold, 3,5. Und dann können wir ihn kaufen. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. I'm just as normal as everyone else when it comes to that matter. People just assume once you're on Superstardom that you kinda don't bleed or you know or shit or sleep or anything. But uh, for me it's more so just uh making it, just showing people that we're all relatable in the same sense that we're all relatable in the same sense because I deal with everyday struggles just like anybody else. Most of the time a common person only correlates struggling to economic problems or you know, financial problems. Everybody has problems regardless if it's economical or not. So, yeah. Can you tell me the truth? Rocky. Have you ever thought about driving yourself? Yeah, I thought about it. I had to see what the comp was looking like first though, you know? And? Let's see if you live up to the height. Oh, no. But that's funny, Chris. But what I see, it seems like you spend all your time arguing with your former teammate. But now it doesn't really sound like a contender to me, dog. Oh, the... the thing with the car? That's complicated. It's always complicated. Real winners channel that shit though. That's not a problem. Yo, use that shit to your advantage, man. Focus up. You're right. I'm going to tell you. I'm going to tell you. ... The red is a bit a bit of a funny. That's something on the side of the car. I'm going to tell you. jetzt. Boah, die Karre, die ist übelnd am Schwimmen, ey. Aber es sollte doch kein Problem sein. Nein, 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 nein. Soviel zum Thema. Oh, es reicht trotzdem. Boah, alter Verwalter, ey. Aber die Karre ist übelnd am Schwimmen in der Mercedes. Nein, wir haben es trotzdem hingekriegt. Wir haben die 12.000 und haben. Auf jeden Fall habe ich mein Bestes gegeben. Ach so, ich soll dir noch absetzen. Hier, kannst du das Auto haben, Junge. Aber warum bist du denn? Ich spreche mit der Universität und ich spreche mit Leuten von allen verschiedenen backgroundsern. Wir alle haben das gleiche Sache mit dem Strang. Und für jemanden, die Strang, ich möchte nur ein paar Worte für mich. Es gibt viele Leute, wo ich komme, die haben viele Möglichkeiten und verschiedene backgroundsern, aber wir haben niemals diese Artikel oder etwas wie so, weil wir so stuck in unseren Situationen oder versuchen, zu leben auf eine Fassade, die wir vor uns haben, die wir vor uns haben, die wir zu leben auf und andere Menschen expectationen. Ich denke, all you strive to prosper is just creating your own path for your own destiny, aber nicht going rogue und nicht giving up. Es ist immer so die encouragement. Du hast echt viel Arbeit reingesteckt über die Jahre. Ja, ich denke, das hartste Arbeit ist wichtig. Obviamente, man, es geht nicht um nicht zu kompromieren. Es geht um zu erfüllen, was du bereitst, was du zu tun hast. Als Kollektiv, wir nur das representieren, wir versuchen das zu tun. Was meinst du? Well, ASAP meaning always strive and prosper is not what you think. It's not as soon as possible, but we took a positive riffle and put a spin on something that meant quickly. But for us, it's everything but fast. It actually has more of a positive perspective. And it was some form of encouragement that promoted prosperity and ambition amongst the young brothers, especially in my neighborhood and my crew. We wanted to run with them. We needed something to look forward to. With all of the chaos and you know, regular ups and downs of life, our circumstances. Das Thema scheint dir am Herzen zu legen. I want people to know that, especially about me. I have insecurity. I have obstacles. I have ambitions. And I have failures just like everybody else. Just like all of us. And the best part about life is waking up to be able to accomplish it again and do better. And that's just, that's it for me, man. No, I just want to encourage people that who all share struggle or is sharing a struggle even trying to accomplish it again. I just want to give them that ambition and some words of encouragement. Always strong, always surprise me. So, I must admit, I'm happy when I get out of here. Spin, 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 spin. Vor allem, weil er extrem komisch spricht. Das ist das Problem. Es ist sehr anstrengend, ihm zuzuhören. Das war echt krass mit dir abzuhängen, Rocky. Likewise. Always good to see what potential competition gonna be like. Ich würde gern mal gegen dich fahren. Just put some racks on it. I'll catch you out there, player. Wir sehen uns am Start. You know it. Peace. So, fahren wir mal das Auto zurück zum... Was ist denn heute los? Ist das die T-Person? Nein! Kurz bei den Bären noch mitten im Hier. Schnell. Ich werde den Garage auf suchen, weil hinter mir immer wieder den takt modus so leistung den kann man jetzt gerade nicht nehmen superreifen schade ist der 330 deswegen müsste ich einen eigentlich dicken umbauen weil er dann schon wieder zu schnell ist der ist ja fest plus dann ja ich habe mir jetzt auf maximum also das was er haben darf 330 ist schon wieder raus weil da war dann nicht bei 330 bin ich ist ja schon auf es plus das heißt dann wäre er zumindest darauf war so ich hab halt kurz mein auto jetzt fertig für das ding für die ja ich will die worte gerade mich für das quench wird die nächste qualifikation das ist dann die dritte im bunde so ok ja als nächstes werden wir dann jetzt anfangen also für die qualifikation haben wir dann jetzt ein bisschen was machen ich gucke jetzt gerade skalern sprint wäre der hier wir haben auch schon gemacht eigentlich haben auch glaube ich zwei folgen gemacht oder so ich werde acht haben wir schon ein paar mal gefahren die wäre eigentlich wieder das wäre gutes geld das heißt wir müssten eigentlich jetzt eine entfahren um die schwerer aber wir müssen jetzt mehr oder weniger geld verdienen das ist jetzt der gedanke dahinter das dürfte spaß nein ich möchte jetzt keinen kurvenlegende ist das ich kann mal noch ein ich hatte mal das auto verkaufen ich kann nicht verkaufen können 30.000 likesite äh wir machen es jetzt so werde ich für die 30.000 hier haben theoretisch was ist das für ein rennen eigentlich gut da könnte man mit dem skyline fahren das ist gut dann fahren wir als erstes hier diese blue collar das haben wir schon lange nicht dann haben wir die 6000 dann machen wir den nächsten die die skyline sprint und dann machen wir glaube ich den letzten teil dann haben wir auch wieder ein bisschen kohle auf der hand ist gut ich würde sagen wir machen hier feier haben wir heute wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann geht es weiter mit blue collar mit einer kurvenlegende bis dann tschüss UFF PUBLIC PUBLIC